Also haben wir jetzt mal so mitgekommen, wir haben zwei scharfe Waffen und einen Taser, man nennt uns auch die Pussycrawler, der ist halt echt so, Alter. Junge, du hast nicht ernsthaft den Akkuschrauber da, Junge, was soll das, Alter, ich geb dir Akkuschrauber, dass du kurz die nimmst, Alter, und du benutzt den, Alter. Die wären jetzt so oder so weg gewesen, warum wären die so oder so trotzdem, Alter, weil du grad verreckt bist. Alter, er nutzt die einfach. Geschafft mir. Ja, sind zwei Ofer da. Ist der hier noch drin? Oma am Fenster! Nagelband, oh mein Gott. Raus. Ja! Gleich! Ja, ist offen wieder. Mann, halt. Ripp, am Tag umgehen. War-Bang-Motor-Kirche. Pass auf, ich schütte den Hunter und geh. Lass ihn halt auf offen, wenn er gespüßt. Alter, ich schmeiß halt Gas, ne? Passt du? Im Haus, Mann, man hat's das gebrochen. Man hat's das gebrochen. Oh! Oh! Du kannst nicht schon mal 800 K. Nein, Mann! Glockenzei, Entschuldigung! Verstehen wir das, was wir nicht mehr so weit spürt. Das ist ein Schuss Ende, wir müssen leider Queels sehen! Wir müssen zurückgehen. Ja, wir müssen uns zu sein. Ich schtze, das ist ein Schuss. Sch 120 K. Vielen Dank.